Herzlich willkommen zum singenden Advent. Heute ist der dritte Advent und ich singe das Lied, das das Wochenlied für diese kommende Woche im Advent ist. Ein altes Lied aus dem 17. Jahrhundert mit Ernst, o Menschen, Kinder. Mit Ernst, o Menschen, Kinder, das Herz in euch bestellt. Bald wird das Heil der Sünder, der Wunder starke Held, den Gotthaus Gnatterlein, der Welt zum Licht und Leben versprochen hat zu geben bei allen Kieren ein. Ihr reitet doch feintüchtig den Licht im großen Gas. Ihr macht euch seine Steige richtig, lasst alles, was ihr hasst. Macht alle Bahnen recht, die Tallast seiner Mühe, macht niedrig, was so steht. Was krumm ist, gleich und schlicht. Ein Herz, das dem Mut übet, bei Gott am Wüsten steht. Ein Herz, das Hochmut übet, mit Angst zugunde geht. Ein Herz, das richtig ist und folgt Gottes Leiden. Das kann sich recht bereiten. Zudem kommt Jesus Christ. Ach, mache du mich Armen zu dieser heiligen Zeit. Aus Güte und Erbarmen, Herr Jesu selbst bereit. Zieh in mein Herz hinein, vom Stall und von der Krippen. So werden Herz und Lippen dir allzeit dankbar sein. Herz und Lippen dir auch, schlicht. Wir sind alle, oder? Wir sind alle, oder? Vielen Dank.